Hallo Leute und Damen und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Lucky Block Ways. Und mit dabei Leute ist heute Altermalle. Hallo. Ja, Alti, weißt du schon, wie das hier funktioniert? Nee, wie nicht. Okay, ja. Ist okay, ja. Ist okay. So, also wir haben hier ein paar Lucky Blöcke, die wir gleich aufmachen werden, ja? Ja, da kommen verschiedene Sachen raus und so. Ist ja alles zufällig, ja? Und wenn wir dann fertig sind, müssen wir da hinten die Leiter hoch. Siehst du die da hinten? Ja. Okay, dann müssen wir da am Ende hoch. Und dann, ja, da haben wir gewonnen. Und dann zum Schluss gibt es einen Megakampf mit unseren Sachen, die wir hier gewinnen. Juhu, das klingt lustig. Die Blöcke hier? Ja, die Blöcke muss wir abmachen. Hey, 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 Alti, bist du bereit, Alti? Bereit. Okay, drei, zwei, eins, los. Juhu, Alter. Okay, hey, Alti, guck mal. Deine Familie. Ich habe deine Familie gefunden. Alter, hat das die Regenbogen scharfe. Alter, geh mal weg hier. Regenbogen scharf. Ja, okay, Leute, ganz kurz erkannt, ja? Und zwar ist Alterbeule kurz vor den 100.000 Abonnenten, ja? Dem fehlen nur noch 3.000 Abonnenten oder so, ja? Und sein Ziel dieses Jahres war schon immer, die 100.000 Abonnenten zu erreichen. Und ich wollte ihm so mal ein Weihnachtsgeschenk zu den 100k-Elfen, damit er die endlich dieses Jahr erreicht, ja? Also abonniert du jetzt, ja? Und macht ihm die 100.000 Abonnenten voll, das wäre mega nice. Alter, Alter, viel Spaß. Okay, nix, Lucky Block. Hey, hey, was? Hey. Hallo, bist du? Hey. Ja, toll, wie komme ich jetzt rüber? Äh. Weiß nicht. Ey, das ist meine. Ich brauche Blöcke, um da rüber zu kommen, Alti. Okay, aber nur Auflöpfeise. Okay, okay, ich öffne den nächsten. Okay, das ist so ein pinker Lucky Block, ja? Okay, was kommt? Suppe in bar. Ich war keine Suppe. Ihhh. Ein Zombie. Ihhh, das ist ja voll groß. Alter. Ha, Hilfe. Ha, Alti, bye, bye. Ich kann mich nicht bewegen. Ha, ha. Oh, oh. Hilfe. Oh, nein. Ah, ah, Alti. Ja, ich gehe schon mal weiter nach. Ich mag es aufmachen, okay? Okay, bye, bye. Ich kann mich nicht bewegen. Alti, guck mal mein Schwert. Alter. Alter, siehst du das? Oha. Ich auch. Guck mal, da ist ein Schaffchen. Mal gucken, ob es jetzt sofort stimmt. Boom. Alter, sofort tot. Alter, 20 Insect Damage. 20,5 sogar. Scheiße. Alter. Du hast gar keine Chance mehr, Alti. Ja, Leute, ruhig stehen. Du hast eh schon verloren. Hä, was für das denn? Alter. Oha, guck mal. Alter, ist ein Riesenschlag. Oha. Ist ein Megastark. Alter. Alter, ist ein Megastark, Alti. Okay, okay, weiter geht's. Ja, nix der Lucky Block. Emerald Lucky Block. Okay, was wird da drin sein? Baby schlafen. Äh, die sind süß. Ja, was ist gut abend mit euch? Hä? Hä? Was ist das? Hä? Was ist passiert? Er ist auf einmal nachgeworden. Oha, guck mal, das ist ein Spinn. Oha, oh. Alter, Alter. Oha, oh. Bringe ich für Sicherheit, Alti. Oha. Au, 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 au. Alter. Alter, was ist los hier? Okay. Ich hoffe, ihr nicht seht. Hä? Wo bin ich hier? Alter. Ich bin vernachigt. Hä? Ich bin eingesperrt. Okay. Was ist das hier? Hä? Hä? Alter. Alter, am Feuerwerk. Alter, es sind ja, das ist ja voll viel gespunnt. Nein, die ganzen Atems. Alter, voll viele. Mein, eins geht weg. Meine. Meine, Alter, geh weg. Hey. Alter, einmal in Gold. Oh, ich verbrenne. Oha, egal, was ist es, da kriegen wir raus. Oh, guck mal. Ein Schmerz. Hey. Oha. Ich komm rüber. Nein. Zoll hat mich getötet. Hey, kannst du den Schmerz überhaupt rausholen? Weil es ist doch so ein Ding. Oh, ich bin tot. Oha, Mann. Ich wurde schon so aufgetreut hier von diesen blöden Lucky Blöcken. Okay. Nix, der Lucky Blöck. Oh, nee, nicht der. Oh, der Tompi. Hey, ich hab alles versaut. Ha, ha. Ich hab eine Diske bekommen. Irgendwie geht. Hä? Lass uns gleich mal anhören, okay? Was ist das denn? Super Shadow of Epicness. Alter. Was hat die? Alter, 12,50. Alter, okay. Was haben wir hier? Zwei Endportale brauchen wir nicht. Ist Müll. Was kriegen wir hier? Ein Feuerzeug, okay. Ich hab das Schmerz gleich. Alter, glaub mal nicht. Du bekriegst es nicht. Okay. Nix, der Lucky Blöck. Ha. Alter. Alter. Guck mal. Guck mich mal an. Du bist ein bisschen nach vorne. Ja. Alter, guck mal mein Schwert. Guck mal meins an. Ja, guck mal meins an. Guck mal, wie groß das ist. Kannst du dich schlagen? Nein. Hau. Oder mit dem anderen. Ah. Geh weg. Du blöds, Mann. Ich hab zwei mega starke Schwerter. Oha. Alter, ich hab Sumpfen. Was, wieso? Hatte ich auch schon. Okay, nix, der Lucky Blöck. Ich hab zwei gekriegt. Guck mal. Hey, zwei Lucky. Ha. Ha. Alter. Alter, ich springe. Hey, guck mal, das ist oben auf dem Baum. Hä. Alter. Ich hab kein... Alter, nix, das. Magma's Fly, wie ist das? Äh, Zombie. Oh, was soll das denn? Dürfen wir weggehen. Nee, nee, nee. Kann ruhig bleiben. Ha, ich hab die Errüstung. Oh, wie ist das? Aha. Was ist gut, hä? Okay. Okay, Alter, ich bin fertig. Ich hab alle Lucky weg, gell? Ich noch nicht. Ich hab ja vergessen zu sagen, hier ist noch die Gisse, äh, hier am Ende. Und ich krieg die jetzt. Ich will auch. Ich will auch. Nein, die gehört mir. Alter. Dieser Fall mit Rainbow-Sachen. Nein, die gehört mir. Danke, Adi, ne? Ich will auch. Guck mal. Guck mich mal, Adi. Adi, guck mal. Oh nein. Ha, ha. Guck mal, was ich für OP-Sachen jetzt hab, Alter. Guck hier, das Ei. Ja, guck vor allem das Schwert, das ist mega stark. Guck mal hier. Einschlag, du bist tot. Oh, doch nicht. Äh, äh. Oh, ich hab sogar Gott-Epfel. Ha, ha. Oh, guck mal, ich hab das und das. Ah, trolle, Leute. Ah. Schau, Adi. Komm schon, komm schon voll runter. Okay, da geht wohl nicht schade. Aber, Leute, das war's mit den Lucky Blacks. Wir gehen jetzt rüber in die Arena und kämpfen jetzt um unser Leben. Bis gleich. Okay, Adi, bist du bereit für den Kampf? Bereit. Äh, okay, wir kämpfen bis drei, okay? Der jetzt dreimal gewonnen hat, ist der Sieger. Okay. Okay. Drei, zwei, eins, los. Oh, 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 oh. Ah, Alter, Alter, Adi. Alter, es geht ab. Wow. Alter, Adi. Hey, ich voll irgendwie gar keine Herzen. Die bekommen jetzt für mich. Ah, oh, oh, wer gewinnt, wer gewinnt. Ich sehe nichts mehr. Ich spiele ein Fünf. Oh, oh. Komm her, Adi. Au, au, au. Hilfe. Renn nicht weg. Au. Was? Ja. Alter. Alter, meine Rüstung ist voll kaputt gegangen. Alter. Okay, 1-0 für dich. Ich komme zu dir, ja, ich bin wieder da. Ich bin noch vier. Okay, Adi, 1-0 für dich. Ja. Okay, ich habe die letzte Aufnahme gegen Ante gewonnen, aber du scheinst stärker zu sein. Okay. Siehst du mich? Ja. Gewinn dafür. Nee, ich werde jetzt gewinnen. Bist du bereit für den nächsten Kampf? Bereit. 3, 2, 1, los. Okay, okay, okay. Was schaffst du? Au, 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 au. Au, 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 au. Ey, nicht weg rein. Doch. Was? Alter. Alter, was hast du für Sachen? Alter, der Trank ist richtig krass. Alter, das ist voll unfair. Ich habe vier Leisten mit Herzen. Eins ab. Wirklich. Alter, das ist unfair. Okay, ich nehme das schwer und gucke, ob es jetzt besser läuft. Okay, Adi, bist du bereit? Bereit. Und ich, dritten Kampf. Okay, los geht's. Let's go. Alter. Alter, Adi. Einschlag. Was? Okay, Adi, damit hast du gewonnen. Alter, das ging ja mega ab. Ja. Alter, okay. Adi, ja, du hast gewonnen. Hier, trink mal den Milch, damit man dich wieder sieht. Nimm mir mal kurz den Jukebox. Ja, trink mal den Milch, Adi. Und spiel jetzt diese CD ab, die ich gerade bekommen habe. Weil ich will wissen, was das ist. So, ich mache mir den Microsoft laut. Okay. Let's go, don't. Das war's für heute. Buh-bye. Halt. Halt. Bye-bye.